So, jetzt sind wir bei der nächsten Folge gleich. Hooray! Gleich munter weiter hier. Mei, hier ist es gedamaged. Schaut wunderbar aus. So wird eh schon Plummensch drauf geben. Ja, jetzt eigentlich Swimloof Jumpen ist halt nicht zum Vorteil aufgehen. Warum wachst hier alles so langsam? Oh, mei, der wird sie so rausgehen hier. Ja, jetzt mal. Ich weiss, dass du Hunger bist. So, die Frage ist, was passiert als nächster? Was passiert als nächster? Ja, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt davor? Was brauchen wir noch? Lustig für den Winter. Jetzt geht es nur noch um Klagrandfarmen und schauen, dass wir den Winter überleben. Okay, was kann lustig werden? Ja, ich geh jetzt voll zacken als nächster. Ja, du, ja, die ganze Zeit. Ja, vor allem, du kannst jetzt wirklich nur noch am Tag rumrennen, das bisschen da, wo es noch übrig ist. Ja. Das ist alles andere, brauchst du die Mützen und alles. Ja, hab ich ja eigentlich, die Sterne. Ja. 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 Das ist alles andere, Herr. Ja. 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 Wir haben noch nie einen Winter überlebt. Was tun wir doch im Winter eigentlich? Ja, das gleiche wie jedes Jahr. Ist dann alles neu oder? Nein. Eigentlich haben wir ja so Chance. Was tue ich dann? Wurmlöcher springen und andere Gegenden durchforsten, oder? Ja, wir brauchen ja das ganze Kipp und alles muss halt permanent lachen. Du hast es halt. Hoffe ich halt. Aber das Juck brauche ich auf jeden Fall. Feuer? Feuer? Ja, ich habe kein Holz. Du hast es so gemacht. Ich dachte, du hast es gleich mitgenommen. Nein, nein, ich habe es wieder damit gemacht. Fängt schon an, fängt schon an, kein Problem. Zum Glück hat der Papi immer alles dabei. Aha. Da oben ist das Poké-typische wieder. Das oben siehst du den ganzen Tag noch. Ja, da, schau, da steht er. Jetzt ist er weg. Ja. Ähm. Es ist eigentlich alles gut beieinander, außer der Chili, äh, spicy Chili is ich jetzt. Aha. Ja, am niedrigsten und hat gut Essen gegeben. Dürfte auf jeden Fall wieder anderthalb bis zwei Tage durchkommen. Ja, 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 ja. So ist das halt. Wird schon interessant, jetzt hat man nie ein ganzes Winter durchgekommen. Ja, der Winter hat er noch nicht mehr angefangen. Ja, würde ich schon sagen. Ja, für den Endblick. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, ich sehe schon die ersten Schneeflocken. Ja, bei mir schneidet es auch schon. Ja. Ja, ja, ja. Da ist ein Minibüffel, da ist ein Minibüffel, ja die haben geworfen. Au, weckst dich. Ja, die haben geworfen, das haben wir nur berühmt, die Mistdinger. Aufheben, gehen da nicht mehr mit, da muss ich eh schon zocken, bei mir friert es nicht so. Oh, oh. So eine Minibüffel, oder? Nein. Oh. Das Bild finde ich so bastelt eigentlich. Oh. 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 Hm? Oh, ist am Häuschen nicht mehr mal. Da, mit Holz kann ich diesmal nicht dienen, aber, 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 ein paar Hauses habe ich. Aha. Mein Braindamage wird auch mal schlimmer, manchmal besser. Und wieder hoch. Da, Erik Eli ist auch wieder da. Wir sind auch gerüstet, falls die Hunde kommen sollten oder so. Für Fleisch ist auch wieder gesorgt, die Hasenjagd war sehr voll gleich. Da ist der, da ist der. Ich muss mir das gleiche. Ich muss mir das gleiche holen, zacken, eine Runde. Alter, braucht mein Typ jetzt ein Zeil viel zu fressen. Nein, da wäre ein Marble. Da bisschen wir es auch mal her. Ich habe ein Geschenk gekriegt. Toll, geht's jetzt. Nein! Du bist so klein. Aber, das ist doch der Öffel von die Scheissheit. Ich brauche eine Lecke. Du hast die Penden, oder? Ja, weil mir hier in Masse unter 30 war. Ey, wie denkens. Jetzt setz, jetzt setz. Was ist jetzt? Was war was? Das ist... Ja, bist jetzt erfreut. Die Hände. Aber hier geht es wieder recht gut. Alles klar. Den Kranz hast du noch. Was habe ich? Du, den Kranz hast du noch? Ja. Ich würde dann nachher abnehmen, wenn es den nicht mehr braucht. Ja, du kannst jetzt eh nicht aufsetzen. Warum hast du die ganze Zeit die Mütze auf? Die geht eh kaputt dadurch. Die Mütze, wenn du das permanent auf hast, geht es kaputt dort. Ah, Entschuldigung. Ja. Hab ich vergessen. Nerv mich nicht. Ich nerv dich nicht, ich sag's dir noch nicht, dass du... Ich hab keine Mütze mehr, ich hab keine Mütze mehr jetzt, dir wie. Bin ich fertig, Alter? Ich muss was essen. Na dann is was. Dann ist der Zeug weg. Oh, so viele Sandwiches. Ich werde mir da auch Sandwiches gönnen. Gleich nicht. Zwei Sandwiches ist immer gut. Jetzt würde ich sagen, wir kommen durch den Winter. Mal schauen, was... Ich geh wieder Hasen jagen. Was im Winter kommt. Ich geh wieder Hasen jagen, äh... Aber meine Trap ist ziemlich... Du musst eine neue bauen. Äh... Bin ich gerade dabei. Haben wir noch irgendwo... Gras oder so? Heißt du da am Boden festgefahren oder was? Nein, die ist noch 20 gefahren. Nein, Gras haben wir gar nichts mehr da. Äh... Ja... Aber ich glaube, ich hab genug für eine. Äh... Survival... Ah... Zweige... Doch... Dix haben wir noch... Jungen, jawohl... Da... Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da... Bist du wieder Holt schlagen? Geh ich wieder... Ich geh Holt schlagen, oder? Dann... Schau ich da sehe. Was mich angehe. Wirklich. Das. der winter macht echt komische geräusche muss die sind immer berund fertig das heißt ich hab schon wieder mein stoff vergessen Was machst du? Ich hab einen Eggnog gefunden. Was hast du gefunden? Eggnog. Ein Eggman. Eggnog. Was ist der Eggnog? Eggnog, Eierpunscher. Hey, das ist der 24. Geht doch. Und alles ausbuddeln. Ich glaub, der Winter wird dann eh gescheiter, wenn wir uns so wenig wie möglich bewegen, oder? Ja, das übliche, sowas wie jetzt, geht schon. Naja, ich verbrauch wesentlich mehr Essen, gerade als im Sommer. Du 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 du. Du 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 du. Eggnog mit dem Baum. Und, next der Baum. Ich streiche nur mit dem Baum. Was? Was ist mit Abreißen? Ja, René, mit mir hast du recht. Hallo? Bist du noch da? Ja. Ja, was hast du vorher gesagt? Ob ich die Ströcher abholzen soll. Ja, warum? Äh, wie abholzen? Ich weiß was drauf haben? Ja, auf jeden Fall. Oh, die meisten haben ja nichts mehr drauf. Evigale ist tot. Wie hast du das jetzt schon wieder geschafft? Zack. Ich habe mich mit Pinguinen aufgelegt. Aha. Aber ist kein Problem, ich habe genug großen. Ich habe Evigale eine Blume dabei. Okay. Das ist... Du musst doch irgendwie die Blumenbeete abdecken. Irgendwas war doch da mal, oder? Das, was da ist, schaut echt ungut aus. Was? Eisteile da, oder? Ja, das ganze Gebiet hier. Mach mal, mach mal die Dinge hier weg. Dinge? Ja, die war auch schon wie Stern, wenn man da Spiektacken und hackt die weg. Dann kriegen wir Eis vielleicht raus. Ja, kriegen wir. Das brauchen wir auch mal. Das brauchen wir ja viel. Was haben wir denn verbraucht, oder? Eis? Keine Ahnung. Ja, was war das mal. Aber wir haben es braucht, das weißt du auch. Was? Trotzdem tust du immer scheiße solche Stapeln. Was? Wir brauchen die Sonne oder wie? Nein, die Sonne oder wie vorhin. Kosteck ist vorhin. Docksuit braucht er dir da mal. Was? Was brauchst du? Docksuit. Docksuit, okay. Ja, dann brauchst du. Seid nicht da. Reif ich von allein oder Pinguine eh nicht, oder? Nein, nein. Reif ich von denen nicht. Ah, Pinguine. Wack, wack, wack. Cool, die koste umschubsen. Oh, wie ein Kreis. Okay, ich muss auch weiter zuschauen. Wir waren noch nie so weit, wie... Wo du? Dass es so gehört, ja, kein Problem. Was, kein Problem. Äh, ob die Pinguine nicht abrumsdicken werden irgendwann im Winter. Keine Ahnung. Hast du jetzt wieder ein 20er Stack Holz genommen und den 8 hast du wieder liegen lassen. Nein, Fresse. Cool, die Gungweiter. Ja. Oh, der erste Blume ist verrottet. Bis wir auch sammeln, Blumen. Wir brauchen ganz viel Rot im Sommer wieder. Ja, ich bin dabei. Ich sammeln wir wahnsinnig. Alles mögliche. Für was tue ich jetzt das Eis? Das Eis kann ich essen. Ich tue das einmal im Kühlschrank. Ich mag kein Eis essen. Cool. Ja. Die hat's im Kühlschrank eine. Ja. So, ähm. Wissen. Ah, wird wieder Zeit. Dann der Rehe. Wir verabschieden uns wieder und sehen uns in der nächsten Folge. Au. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.